Wir haben im Kabinett beschlossen, sehr schnell haben wir uns geeinigt, eine Verordnung, um den viehhaltenden Betrieben zu helfen. Worum geht es? Um die ökologischen Vorrangflächen. Normalerweise kann man die sogenannten Zwischenfrüchte nicht nutzen, sondern muss sie stehen lassen. Ökologische Vorrangflächen. Wir ermöglichen jetzt, dass wir das Angebot des Futtermittels erweitern. Und dann dürfen Landwirte mit einer Ausnahmeregelung dann diese Zwischenfrüchte nutzen, um wieder Futter für ihre Tiere zu haben. Wir helfen konkret, Schritt für Schritt.